Wir machen auch so wie zum Beispiel jetzt Projekttage, wo auch sehr viel die Schüler selbst bestimmen dürfen, was wollen sie machen und ich finde die Schule unterstützt das sehr, so schön. Also ich finde die Lehre erstmal gut, ich finde auch die Sporthalle gut, also die ist auch schön groß. Ich finde es auch sehr gut, dass halt oft eine sehr entspannte Atmosphäre herrscht, dass Probleme teilweise sehr gut und wirklich auch kompetent geklärt werden können. Ich finde es auch so geil. Musik Ich bin beim Klassenrat, weil wir besprechen da halt mit der Klasse unsere Probleme oder wenn jemand einen Wunsch hat, dann, das kann man da halt alles gut besprechen, dann sitzen wir da in einem Kreis. Da hört man ja viel hinzu und da weiß man dann auch, was die so denken. Das fühlt sich eigentlich gut an, dass wir mitbestimmen dürfen, weil wir müssen es ja auch mal lernen, das zu bestimmen. Musik Ja, also ich bin Schulseiltäter geworden, weil es mir einfach Spaß macht, Kindern zu helfen, die, keine Ahnung, sich verletzt haben oder auch in Not sind. Und ja, das macht mir einfach Spaß. Ja, die Schule macht das sehr schön, sie bietet das auch an. Andere Schulen zum Beispiel bieten das überhaupt nicht an. Und dass sie es anbieten, finde ich überhaupt schon sehr, sehr schön. Und das zeigt mir, dass die Schule auch für die Schüler präsent sind und ihnen hilft, dass sie selbst lernen, Verantwortung zu übernehmen. Musik 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 Applaus Applaus